Hitradio FFH. Anke ist Tanke. Für mich noch ein Kaffee, Anke. Mit oder mit ohne Sonnenmilz? Mit ohne. Ach der, wann so schön die Sonne auch ist. Gerade nach gefühlt sechs Monaten Dauerregen ist die Haut empfindlich wie von einem neugeborenen Nacktmull. Ein was? Das ist so ein hässliches, kleines, weißes, felloses Viech, was kein Licht verträgt. Sagt doch gleich sowas wie ein Engländer. Haha, nicht so hässlich. Einmal die Vieh und den Sonnenschirm hier. Zu spät. Was? Sie sind schon verstrahlt. Also die Sonne geht zwar als Zwergstern, aber sie ist so groß, dass ungefähr eine Million Erdkugeln hineinpassen würden. Krass. Anke, für mich bist du ja wie die Sonne. Das Größte? Nee, es wär schön, wenn du auch 149.600.000 Kilometer entfernt wärst. Macht 7.293 Euro, sammeln Sie, in Nivea Sun. Haben Sie eine Capri-Sonne-Card oder sind Sie im Wolke-Hegen-Bad-Club? Nein. Dann tanke schön. Bitte schön. Leicht bei dir. Anke's tanke. Täglich in Guten Morgen Hessen. Bei Hitradio FFH.